Man muss die Zeichen im Lesen trömmen. Ihr glaubt vielleicht, in seinen Augen den Suff zu sehen. Ich glaube, es ist die Sehnsucht nach einer großen humanistischen Mission. Ach, ach du! Siehst du da, dieses riesige Heer, das riesige Heer, das direkt auf uns zukommt? Siehst du, der Rösser staubauklöppelnde Hufe? Hörst du des Herolds Trarra? Der wollte Krampftruppel, das ist eine Hammerherde. Glauben müsst ihr, glauben ohne zu sehen. Wir kennen uns. Ihr seid der Wackele Don Crifotte und ihr der Edel-Sancho-Tanzer, wie ihr im Hupen steht. Für den Ruhm, alle euch vor. Wie bitte unser Ruhm war für vor uns hier? Ja, so ist es. Wir haben von euren Taten gelesen. Man muss solche Gestalten der Finsternis mit ihren eigenen Waffen schlagen. Sie innerhalb ihres eigenen Systems übers Ohr hauen. Manchmal werden Dinge erst wahr, nachdem man sie sich ausgebacht hat. Wirklich? Das ist schlimm. Wirklich? Wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020